Wir dachten, dass endlich mal wieder Zeit für eine neue Challenge ist. Und naja, wir dachten, meinen wir, dass wir mal wieder ein passendes Video dazu gefunden haben. Hierbei handelt es sich um eine Werbung von Juan Marta und Ander... Hierbei handelt es sich um eine Werbung von Ander Herrera und Juan Marta für den Predator Instinct. Sie wollen ihren Instinkt testen und das sieht dann so aus. Nicht so. Alles Wohl. Juan Marta schießt den Ball in einen hohen Bogen vom 16er an die Latte. Sobald Herrera das Geräusch hört, dreht er sich um und schießt den Ball Volley ins Tor. Ob wir diesen Instinkt auf dem Feld auch hatten, seht ihr jetzt. Ah, das war jetzt ein bisschen unspektakulär, oder? Ja. Du könntest ja auch mal ein Werbung versuchen. Das ist Instinkt. Hast du den Instinkt? Besser. Viel besser. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr neue Ideen für Challenges habt, schreibt es unten in die Kommentare. Das war es auch schon wieder. Hier geht es jetzt zu unserer letzten Challenge. Und hier zum Hit der Crossbar-Video. Ich entscheide euch. Ja. Oder? Ja. Jetzt ist niemand mehr da gekommen. Nein. Nein. Denn wir gehen. Stupid. Danke. Danke. Vielen Dank.